Weil die Schnäppli-Jägerin Claudia in der Profital-App ein unschlagbares Angebot entdeckt hat, kann die Profital-App-Entwicklerin Andrea wieder einmal zum Coiffeur. Darum kann sich der Hairstylist Lukas ein neues Computer-Game kaufen, in dem man so gut wie jeden Abend die Erde von ausserirdischen Invasionen schützt. Und so rettet Claudia nicht nur die Welt, sondern auch die Schweizer Wirtschaft. Danke, Claudia. Alles hängt zusammen und unterstütze auch du, die Schweizer Wirtschaft. Vielen Dank.